Hallo Leute, wir sind immer noch bei den Haken, denn da gibt es ja eine ganze Menge von. Und zwar heute der Körperhaken. Wie immer aus unserer Kampfweiterung der Ansatz ist im Grunde genau dasselbe wie für ein Seitwärtshaken. Nur, dass wir jetzt uns so ein bisschen links in den Mann, also im Grunde rechtsseitig in den Mann reinfallen lassen und unter dem Mann uns bewegen. Und bei dieser Kreisbewegung lösen wir wieder den Deckungsarm hier und auf dem Weg ins Ziel. Gerade raus zur Körpermitte. Etwas ausdrehen, fallen lassen, kreisen. Oh! 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 1, 2, 3, 4 Bis zum nächsten Mal!